Fußball pumpt, das ist überhaupt keine Diskussion. Faulen Schnaderbeck, gute Position jetzt. Gibt es auch die gelbe Karte für Olesia Maschina. Eine gelbe Karte für sie bislang ohne Folgen, denn für dieses Ziehen, zweimal ziehen, gibt es einmal gelb und die Karten für die Endrunde werden gestrichen. Das ist jetzt eine gute Position für Sada Puntikam. Oder macht es laut?